hallo und willkommen zurück zu einer neuen folge auxiliums tech talk ja alle guten dinge sind drei das wochenende ist jetzt doch etwas anders verlaufen als geplant deswegen gibt es mal wieder ein paar update videos beziehungsweise generell mal wieder ein paar videos war die letzte zeit eher etwas ruhig im letzten video oder im ersten video zu der dreier serie jetzt hier haben wir ja die vms erstellt im zweiten habe ich euch gezeigt wie ihr zum beispiel bei dem dd modell den nvme speicherpool anlegt und jetzt gehen wir noch mal ganz kurz auf die vm werttools ein die bei mir auch im github liegen hier steht jetzt für 7.1 7.11 ja die gehen auch für 7.2 so viel erst einmal dazu es geht hauptsächlich um diesen befehl hier zum fixen der ganzen sache deswegen mache ich jetzt das video einfach um euch mal zu zeigen wie es funktioniert ich starte jetzt mal schnell die non ddvm weil auf der ddvm habe ich es gerade gemacht so 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 ich muss nebenbei noch im discord kurz eine anfrage beantworten hat einer versucht beim jetzt mit der neuesten version die normale 7.2 nicht die 7.2.1 zu installieren ja das geht natürlich nicht wenn der loader die 7.2.1 möchte dann müssen wir natürlich auch die 7.2.1 installieren so 10.0.4.6 10.0.4.6 ach da habe ich noch das problem ah ja ok da habe ich noch was umgestellt zum testen dann muss ich die jetzt noch mal ausschalten war auch kein problem einstellung bearbeiten und hier fliegt ja ich kann den nvm e-controller jetzt nicht entfernen ich weiß also das ganze auf das ist doch die stop scsi controller hinzufügen scsi controller abspeichern und dann noch einmal bearbeiten und den nvm e-controller löschen so jetzt so nochmal starten funktioniert auch wieder hat er nur vorhin gebastelt ob es nicht vielleicht irgendeine möglichkeit gibt für only nvm e nein gibt keine also nur nvm e geht definitiv nicht zumindest nicht mit den aktuellen möglichkeiten die wir haben ich sehe gerade ich muss hier an den farben mal noch was anpassen ach das kann ich dann in aller ruhe tun das ist ein bisschen farbsäucher weil alles nicht zusammenpasst sehe ich gerade naja ok das kann ich dann auch mal noch tun so noch einmal 10.0.4.6 dann ist die non dd auch da so dann gehen wir ins paketzentrum manuelle installation ich habe natürlich schon das passende paket von broadwell nk geladen akzeptieren nach der installation ausführen ja mach meinetwegen so ne da sind sie vmware tools ich gebe jetzt keinen befehl ein ich mache gar nichts ich starte einfach bloß neu die maus ist irgendwo hier da lasse ich sie jetzt auch wir warten jetzt einfach mal auf den neustart kann hier eine Vielen Dank. So, VM ist gestartet. Noch Timeout. Connection refused. Da bin ich wieder. Nur anmelden. Paketzentrum schauen. Paket ist noch da. Passt. Der erste Punkt, ihr seht, hier steht schon runterfahren und nicht ausschalten. Wir müssten auch relativ zeitnah einen Hostname bekommen. Da warten wir jetzt noch drauf. Aber wenn die VM-Tools laufen, habt ihr einen Hostname stehen. Und da ist er. Und damit funktioniert natürlich dann auch der Drücker mit dem Herunterfahren. Ihr seht auch, es meldet sich gerade ab. Die ersten Symbole fehlen ja schon. Und da ist sie runtergefahren. Ja, ist eigentlich der ganze Trick. Ich habe nämlich den Befehl beim Systemstart mit hinterlegt, dass der mit ausgeführt wird, wenn das Paket für VM-Tools gefunden wird. So viel als Info für euch. Also das funktioniert auch. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche, einen schönen Feiertag und viel Spaß mit dem Arcloader.